Johnny, soll ich mal was für dich kochen? Kannst du das überhaupt ihr? Da bin ich ja mal gespannt. Okay, erstmal ein Topf und da kommt dann Spülmittel rein und dann mach ich das auf 900 Grad in den Ofen. Als nächstes die Nudeln. Ey, die sind ja noch ganz hart, die müssen auch in den Ofen. Linus, klappt alles? Äh, ja, ja. Oh, es brennt. Linus, was ist da los? Hä? Oh! 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 Oh!